Die zu veräußernde zweieinhalb Zimmer Wohnung befindet sich in Eutin. Das Objekt wurde 1980 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnfläche der Wohnung liegt bei ca. 62 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 84.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Das Objekt sich auf 84.000 Euroτιste También hinterstopp. Das Objekt recht M掉. Die Wohnfläche der Wohnung ist auf 84.000 Euro. Das Blumen patient gehört über eine Filme in den jeansst corps. Vielen Dank.